Jo, hey Leute, und jetzt willkommen zu einer kleinen Runde The Walls und mit dabei ist Zwiebelmietzy. Ja, hallo, Hallöchen, Puppechen, sag ich jetzt einfach mal. Genau, so und es geht hier direkt los, erstmal schauen, dass wir die Felder bekommen. Die Felder sind das Wichtige, weil sonst haben wir nichts zu messen. Ich würde mir mal direkt voll was machen. Ich würde auch was machen. Boah, Alter, ich habe nichts bekommen außer sie zu Reste. Oh, okay. Aber hier die ganze Kiste, die vergessen auszuleeren. Was ist da drin? Äh, bisschen noch so Zeug. Und Kakaobohnen, aber nichts irgendwie Wichtiges. So, ähm, ja, dann ist hier funktisch krank, fällt mir irgendwo. Und jetzt habe ich sechs Stück. Wie, wie macht man nochmal aus, ähm, Kakaobohnen essen? Ähm, du meinst, ähm, Cookies? Ja. Äh, wie ein Brot, nur in der Mitte, das, die, die Kakaobohnen, sobald ich weiß. Das heißt, man braucht auch wieder Weizen? Ja. Scheiße. Ähm, frag mal jemand, ob, äh, ob jemand Weizen hat. So, ähm. Warte. Some... Weizen, Weizen. 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 Wet. Ähm, wo bist denn du eigentlich? Äh, ich bin hier noch oben. Und du? Ich, äh, wollte mir gerade aus... Also, ich baue mir gerade halt, äh, eine Spitzhacke. Ah, da, ich bin bei dir. Ja, genau, äh, baue nur eine Spitzhacke und dann bau für mich gleich mit Holz ab, bitte. Äh, Stein meine ich. Genau, und ich sammle währenddessen noch ein bisschen Holz. Liegen noch zwei in der Workbench. Okay. Jetzt nicht mehr. Die hat ja einen Typ da genommen. Oh, okay. Wir müssen auch mal aufpassen, weil hier sind die Öfen, ich glaube ich, nicht gesichert. Also, soweit ich weiß. So, mal wieder epische Skyrim Musik im Hintergrund, wie eigentlich immer. Okay. Weil ich liebe Skyrim so sehr und ich hab die eigentlich so gut wie immer im Hintergrund. Mit der kann ich einfach am besten spielen. Ja, Skyrim ist schon ein geiles Spiel, was ich übrigens eigentlich auch Let's playen wollte. Äh, ich kann dir, wenn du's dir nicht kaufen willst, weil ich... Ich hab's nicht bisher auch nicht gekauft, also ich hab's für die Xbox gekauft, ich hab's für den PC gecrackt, aber den Crack hab ich vorhin gelöscht, weil ich mir nicht heute es kaufe, und zwar die Legendary Edition. Ähm, und dann mach ich beim LP da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört hab. Und, dankeschön. Ähm, und ja, und dann mach ich eigentlich heute oder morgen direkt den nächsten Part. Ähm, okay. Genau, also wenn du willst, kann ich dir zumindest den Crack schicken, weil das ist halt, ist halt aber halt mit, äh, you to retten, ne? Oder to rent, keine Ahnung. Das Spiel hätte ich dann schon, aber... Ich hab, also ich hab's schon seit längerem und... Achso, das heißt, hast du dir gekauft schon, oder? Ja, hab ich schon. Achso, natürlich, ja. Also, weil das macht nämlich einfach nur richtig Fun. Hast du Dynamic Lights eigentlich? Den was? Dynamic Lights Mod. Ähm, nee, ich hab da keine Mods installiert. Okay, weil ich hab den eigentlich und das ist richtig, äh, nützlich unterirdisch. Okay. Werde ich mir mal ansehen, auf jeden Fall. Ja, ich hab das nicht an und ich brauch einfach bloß einen Fack in den Hand nehmen und sehe hier einfach alles. Vor allem, ich spiel mit Shader und mit Shader ist einfach nur so richtig krass dunkel. Mhm. Hier ist irgendwo Wasser, das heißt, hier ist irgendwo eine Höhle. Oh, ich hab, äh, die Schlucht gefunden. Geil. Hier in der Schlucht kann man eigentlich immer alles voll bekommen. Ich glaub, auch hier unten ist irgendwo so ein Chantentable. Das weiß ich nicht, den hab ich noch nie gesehen, aber... Den hab ich schon mal gefunden. Ähm, da oben ist Kohle in der Decke. Ja, irgendwo. Hier ist Eisen. Ähm, so. Oh, das Facken, sauber. Ja, deswegen ja. Ich brauch hier nur Facken in den Hand halten. Äh, für Leute, die wissen wollen, was für ein Chate... Boah, Alter, ich hasse das so, wenn die kommen und, ähm, hier das Eisen nehmen. Die sollen ja einfach selber was abholen, hier ist genug irgendwo. Naja. Ganz kurz bisschen Holz. Oh, fuck. No, 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 no. Aua. So. Ich muss halt hier immer Facken dahin stellen, wo ich dann abbaue, weil... Äh, ansonsten seh ich halt einfach überhaupt nix. Du hättest mir auch sagen können, dass du da hingehen möchtest. Ach so, wolltest du denn? Ja. Oh, sorry. Ach, das ist übrigens, glaub ich, nicht so schlau hier Leben zu verlieren, oder? Nee, überhaupt nicht. Wegen dem Essen ist das mega draufgefangen, weil ich einfach runtergesprungen bin. Ja. Ich hab noch ein bisschen Kohle gerade. Ja, wir müssen uns dann eigentlich, äh, ich hab jetzt auch zwei Kohle, wir müssen uns dann irgendwo, äh, unsere Baseball, wo wir dann das ganze Eisen machen, wo dann da nicht alle sind. Ansonsten nehmen die es halt einfach echt aus den, äh, aus den Öfen raus und, ja, und das ist halt einfach beschissen. Weil die sammeln keins und du hast dann am Ende keins mehr. Mhm. So, ich hab jetzt neun Eisen und du? Ich hab bisher noch kein Eisen, aber neun Kohle. Okay. So, jetzt, aber. Äh, wo bist du denn? Ähm, Ist er in der Schlucht zurückgelaufen? Ja, in der Schlucht gab's eine Höhle. Okay. Ich glaub, du bist das sogar, über mir. Über dir? Ja, förmlich. Soll ich mich mal ganz gesund, der Gram? Äh, nee. Also, ich komm gleich wieder hoch. Das ist kein Problem. Ah, ich hab hier Eisen gefunden. Geilo. Ich hab mir so viel Salz. Ähm. Hochbauen for the win. Auf jeden Fall. Ja, warte, warte, dann da oben wieder in der Schlucht. Ich hab hier grad nicht Eisen gefunden. Ich bin hier direkt neben dir, gell? Warte, warte, ich komm einfach mal zu dir rüber. Hallo. So, ja, ich war grad hier unten drin, deswegen. Ich bin cool, ist das zwar nur noch, aber ich glaub elf reichen. Erstmals. So, acht Eisen hab ich jetzt. Ist da noch mehr drin? Eisen? Äh, nee, ja, äh, ob da unten noch mehr ist. Ähm, ja. Ein bisschen. War ein Eisen oder Kohle? Kohle. Da ist noch Eisen. Ich hab so ein geschultes Auge. So, ja, immerhin eins. Immerhin, was? Ja, ein Eisen. Achso, ich dachte, äh, ein Auge. Bist du lang? Ist die Höhle wieder hochgelaufen, weiter? Ähm, ja, ich hab mich grad ein bisschen hochgestackt, weil hier noch ein bisschen Eisen war. Okay, äh, pff. Ach, hängst grad da oben irgendwo an der Decke? Ja, da bist du. Gut. Hm. Ich brauch hier einfach mal mit dem Holz hoch, weil das Holz ist nicht ganz wichtig. Die Steine, weil den Stein brauchen wir gleich für die Öfen. So, zack. Mal, da hängt auch noch was drin. So, also ich hab da leicht fast ne Rüstung fertig. Ich nicht. Ich hab 16 Eisen, ich brauch noch ein bisschen. Ich hab hier jetzt 20. Okay. Also 25 brauchen wir auch noch so ne Rüstung. Ich bin so behindert. Äh, 24. Hast du? Ja. 24? Da brauchen wir 26 für Schwerter. Ja. Cool. Also warte ganz kurz, äh, Helm 5, Brustpanzer 8, macht 5 und 8, macht... 13. 13, ich bin grad voll doof. 13 und 7 macht 20 und 4 macht 24 für die Rüstung. Und 2 für die Schwerter. Ich glaub hier unten drin in der Schlucht ist nix mehr, die ist richtig abgegrast. Ähm, machen wir jetzt so ne Art Stripmine oder bringt das nix? Doch, das bringt was. Man findet da schon immer mal wieder was. Und das Ding ist halt, wir haben nur noch ein paar Minuten, warte ich tu mal ganz kurz die Minimap. 7 Stück? 7 Minuten. Noch 7 Minuten, genau. Ich hab nur grad die Minimap umgestellt, dass die jetzt grad nur unten ist, damit die nicht so nen Weg umgeht. Also weil, äh, der Enchantment Table, keine Ahnung wo der jetzt ist, nur, ähm, falls wir den finden sollten, ich hab ein Level und da hinten ist noch Eisenseeig grad. Chillig, hol das mal. Weiter hinten. Wir teilen dann das Eisen, ne? Ich brauche meine, meine, meine Spitzhacke reicht nicht mehr dafür aus. Die ist gleich im Arsch. Soll ich mal zu dir kommen? Ich sag's dir gleich, ob's hält. Ja, okay. Zwei Eisen noch, 22. Soll ich kommen? Ach, da hinten ist noch mehr Eisen. Hier in der Schlucht. Hast du Holz dabei? Äh, ja. Geh ich nicht auch, dann kannst du erst gleich eine machen, schne? Ähm, ich baue mal einen Ofen, ne? Jo. Aber, pass auf, dass hier dann nicht andere kommen. Ich brauch keine Spitzhacke mehr. Warte mal, ist hier unter mir, ist hier der letzte Block, ne, ist nicht. So, warte, ich hab 18 Eisen, 19. Ich baue mich hier rein. 20. Warte mal, gibst du mir das Eisen und die Kohle? Ich hab nur eins, was ich weiß nicht. Ja, warte, warte, ich werf sie einfach zu dir runter, okay? Und ein bisschen Koppel vielleicht noch. Ins Wasser, oder? Ich bin schon da. Achso, okay. Dann bauen wir uns einfach zu und dann... Jo, also warte, ne, mach ein Stückchen weiter rein. Das Problem ist, wie viel Eisen hast du? Ähm, 22. Ich hab nämlich auch nur 21. Das reicht nicht, nicht ganz. Dann lassen wir bei allem die Schuhe weg. Weil das Schwert ist halt... Nee, nee, warte, warte, wir braten es, du passt dann hier auf und ich geh noch kurz Eisen holen. Oder so. So, da und da und da. So, und ich geh noch kurz schauen, ja? Ach, ich mach mir noch kurz. Neue Spitze, okay. Äh, und wenn wir Glück haben, ob wir dann noch ein bisschen Eisen über haben, am besten einfach drei, dann können wir noch Diamanten damit so holen. Die gibt's in der Mitte, genau. Davon hab ich noch irgendwas gehört. Ähm, wir müssen uns halt nur beeilen und in spätestens vier Minuten oben sein. Das Problem ist, ich glaub, ich find hier kein Eisen mehr. Innerhalb von fünf Minuten. Ach, und jetzt häng ich hier im Scheißwasser fest. Warte, ich grabe nicht. Ich weiß nicht, soll ich dann bei einem die Schuhe weglassen, oder? Äh, ja, erst mal die Schuhe dann, ähm, aber wenn wir jetzt noch finden, dann natürlich nichts. Ist ja klar. Dann mach ich halt erst das Schwert, das mein ich damit. Ja, ja, Schwerte sind wichtiger als Schuhe, definitiv. Hier ist noch Eisen. Eins. Zwo. Sauber. Immerhin zwei. Und ein bisschen Kohle, brauchen wir noch Kohle, nee, oder? Ähm, nee, eigentlich nicht. Yay, noch mehr Eisen. Vier. Fünf Eisen. Ist da noch mehr? Wird so, dass hier noch irgendwo mehr sind, Alter. Zähl mal ganz kurz, wie viel Eisen haben wir uns sagt, was wir brauchen, 24 und vier, na, 26, 26. Das heißt, 40, 46, 54 Eisen brauchen wir. Ich hab fünf. Fertig gebraten, das ist grad noch nicht. Ähm, neun, fünf, fünf, fünf und vier. Äh. Äh, ich hab's mit uns umrechnen, wie gesagt. Ist gleich fertig, dann sag ich dir das. So. Typ da, der zwiebelt sich die ganzen XP rein. Ja. Naja, irgendwas muss man können. Ja, genau. Im Ofen sitzen und... Warten. Warten. So, hier ist Bad Dog. Das ist übrigens eine angemessene Aufgabe für mich. Einfach, wo man nichts verkehrt machen kann. So, also ich hab' gerade 26 und es neigt sich dem Ende. 28. Wir haben nur so wenig Eisen. 29. Ich hab' mir schon, ähm, ein Hanisch gemacht und unsere beiden Schwerter. Ich glaub, das reicht. Mmh, reicht nicht. Man stirbt hier so einfach, ich hab' Gold. Ich hab' jetzt... Warte mal, Gold kann man nur mit Eisen abbauen, gell? Ja, die Hosen und die, äh, Dings sind am wichtigsten, ne? Ja, Hose und Hanisch. So, ich hab' jetzt Hose und Hanisch für uns beide. Und neun Eisen und ein Schwert. Das heißt, warte. Wir brauchen... Das heißt, es fehlen noch fünf. Ähm, für... Helm und... Ich mach' uns mal erstmal die Schuhe. Das heißt, uns fehlen noch... Neun Eisen? Doch, neun Eisen. Ich hab' fünf. Okay. War, ich bring' die mal ganz kurz, dann kannst du die schon mal in den Ofen packen. Äh, so alles fehlt jetzt außer der Helm, halt. Bei beiden der Helm? Ja. Dropp dir die Sachen einfach mal hier rein. Das Eisen hab' ich dir grad gegeben, das war doof. Warte, warte. Gebt's gleich wieder. So, hier hoch. Ähm, also warte, hier kommt mal ganz kurz mein Eisen rein. So, Hanisch. So, und hier ist noch das eine Eisen. Jep. Und du hast alles, ne? Jo, jetzt fehlen nur noch Schuhe. Warte, dann... Ist eigentlich jetzt grad richtig beschissen. Ne, warte, es fehlt noch der Helm. Bei beiden, ne? Ja. Das heißt, einen kriegen wir noch raus, oder? Einen kriegen wir noch raus und vielleicht noch eine Spitzhacke. Ne, Spitzhacke reicht nicht mehr. Ich geh mal ganz kurz hier hinten ein bisschen strip meinen. Warte, ich hör' hier irgendwo Lava, das heißt, die ist irgendwo ein kleiner See. Ja, gefunden. Ähm, soll ich mir jetzt den Helm machen, oder willst du Ding machen? Ne, ah, Alter, ich hab' ne Kiste hier in der Lava. Ja? Ja. Ja. Steht eine drin. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir grad erst hin bauen, um zu sterben. Das wäre mir echt ganz nützlich, wenn ich nicht sterben würde. Nein. Nur Tränke und TNT und ein paar Pfeile. Ah, scheiße, ein Bogen. Warte mal, da oben sind auch noch Caves, ne? Hm, ja. Vielleicht kann ich ja kurz hochklettern und die Spinnbeben. Das können. Dann können wir uns den Bogen machen. Jo. Wenn du noch weiter nach Eisen suchst, dann... Äh, ganz kurz, wo ist die Ding normal, die... Ähm, die sollte offen sein, mit Licht. Ich hab'n Milcheimer. Ah, hier. Milch, Milch. Oh, ich hab' ne Kiste gefunden. Und da drin ist sogar noch Eisen. Geil. Geil, wie viel? Ähm, ich bin noch nicht durch, da sind Eisen getroffen. Ja. Eins. Ich hab'r Trank der Heilung und Trank der Feueressenz. Alter, vier XP-Bottles. Jetzt kann ich immerhin auf zwei Level verzaubern. Vier. Oh Gott, das ist viel. Fünf. Fünf Eisen. Reicht das? Okay, ja. Geil. Okay, komm schon runter, weil die Wände sind gefallen. Und Feuerzeug und Knochen und... Was weiß ich. Komm schnell, es geht los, ne? Die Wände sind weg. Scheiße. Äh, wir sind Team Rot und es sind noch fünf da. Wir sind gleich schon mit Grün. Okay, Yellow hat einiges mitbekommen. Ja. So, ich mach mir nochmal ganz kurz eine neue Spitzacke fürs Hochbauen dann. Oh! Jetzt hab' ich mir Knöpfe gemacht, Alter. Knöpfe. Ja. Ähm, ich hab'n Feuerzeug, ein EP-Börtel. Ähm, ein Eimer. Wo war nochmal die Lava? Da hinten, ne? Ja, das können wir gut gebrochen. Ähm. Einen Faden, das reicht ja nicht, denk' ich. So, haben wir einmal. Vier. Und es geht halt der Hunger runter, ne? Hast du schon deinen Helm? Äh, ja. Gut. Ich hab' noch ein Eisen. Jo, können wir eigentlich nicht gebrauchen. Aber halt's mal. Die Kohle nehm' ich auch wieder mit. Äh, ja, dann würd' ich jetzt mal sagen, gehen wir hoch, oder? Wollte ich... Ah, warte mal, warte mal, ich geb' dir mal das TNT fürs Feuerzeug. Oder warte, ich hab's nochmal. Äh, was hast du jetzt alles an Waffen? Hast du schon einen Spinnenweben? Ähm, ja. Ah, hier, 16 Faden, geil, dann geb' ich dir das und ich nehm' mir den Bogen, okay. Ich hab' ne Idee, wir können... Ich hab' grad' vier Knochen gefunden. Wir können nach oben gehen und uns noch ein bisschen was zu essen machen. Äh, mal da ganz kurz. Was ist denn Weizen? Aus dem Baum hier. Ich muss hier gerade nur schnell mal den Bogen machen. So. Jetzt hab' ich den Bogen, auch geil. Daraus könnten wir uns ein paar Kekse machen, oder so. Ich weiß nicht, was du da machst. Äh, ich... Ich hab' Kakaobohnen. Und Samen. Ich hab' auch Melonensamen. Warte, können wir ja nicht auch kurz hier unten anpflanzen, oder? Mhm. Warte, ich mach mal kurz ne Hoe. Warte, ich mach schon, ich mach schon, ich hab schon. Warte, das bringt's grad überhaupt nicht. So. Müssen wir aufpassen, dass hier niemand reinkommt, ne? Und hier hin. Dann nicht? Ja, ja doch, das können wir ja schon machen. Aber das muss ich... Ja, da brauchen wir halt trotzdem. Oh! Wie viele Leben hast du? Ja, wir haben nur eins verloren. Ist okay. Und ich würde gerne wieder hoch. Ähm. Ja. Wäre logisch. Achtung. Ich hab' keine Erde mehr. Überjuckt. Irgendwie sind wir grad die Besten. Ja. Und sind's. Warte, hier ist nochmal, äh, Samen. Hast du noch was? Ich hab' vier, zwei Weed, weil du das einschränkst. Ach so, an Knochen-Ding, meinst du? Nee, hab' ich nichts mehr. Ich hab'... Nö. Immer nach, ich hab' jetzt nochmal ein Brot, ne? Ich hab' noch einen Trank der Heilung, gell, ähm, das heißt, wenn einer hier Ding hat. Das heißt, ich geb' jetzt einfach mit dir das Brot. Okay. Wer hat schreckt der Heilung? Also ich hab' noch ein Zombie-Fleisch. Ist das gut, dass es zu... Äh, beim, beim ersten Bissen, glaube ich, äh, vergift es nicht, aber im zweiten schon. Hä, wie jetzt? Nee, also sprich, du isst eines. Äh, das geht aber im zweiten nicht. Also, das geht manchmal so zumindest. Ja, scheiße. Also manchmal, bei mir ist es einfach manchmal so, äh, dass ich überhaupt keinen Damage kriege. Meinst du, dass TNT zündet sich so? Nee, musst du anzünden. Okay. Aber ich hätte noch Redstone und, äh, Kolben und Redstone-Lampen und, äh, Sticky-Pisten und Haken und eine Schere. Weißt du was, dann bauen wir uns jetzt einen Schalter und den Reststern versterben. Für den Fall, dass jemand kommt. Nee, lass die oben machen. Das bringt's mehr. Ja, dann bauen wir uns oben gleich so einen Bunker. Ganz sneaky. Ja. Und, äh, bauen eine Falle hin und locken die, die unten mal schön rein. Ja. Okay, dann lass einfach mal Stein nehmen und hochbauen. Ich hab glücklicherweise genug. Dann bauen wir uns auch noch einen Schalter. Ach, du hast einen Lava-Eimer? Chillig. Ja. Hast du jetzt TNT, Lava und Feuerzeug. Das ist schon mal relativ gut. Ich hab einen Bogen und eine Hacke. Nee, ich hab halt da noch die Tränke und Schmerz und Bogen. Bogen bin ich generell hier Skiller. Weißt du ja. Hm. Ich hoffe nur, dass jetzt von oben dann keinen Lava siehe oder so. Das ist, wo ich dann so richtig heavy vollgebrannt werde. Das hoffe ich jetzt auch. Aber man hört hier. Das war richtig geil, dass ich da immerhin dieses, äh, diese Kiste gefunden hab. Oh, das Eisen. Ich pass einfach mal hier Gras mit der Hacke ab, aber egal. Ähm, ich glaub, auf uns fällt gleich Kies drauf. Alter, das wäre so knapp gewesen. Guck mal hier, neben uns ist Kies. Chillig. Das wäre... Okay, derzeitlich sehe ich niemanden auf der Map. Okay, wollen wir uns weiter nach oben bauen? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, auf die Bäume hier drauf. Weil dann könnten wir einfach so einen TNT-Block runtertruppen lassen und dann... Geronimo. Ähm, bringt das eigentlich mehr, wenn ich das Brot jetzt esse? Nein, nein, nein. Ich würde es erst essen, wenn du es wirklich brauchst. Jetzt komm ich hoch. Jetzt komm ich hoch. Schnell so ein komisches Kräuschen hin. Da unten sind noch drei in der Höhle. Mhm. Okay, äh, wir haben eigentlich gewonnen, glaub ich. Würde ich so nicht sagen. Ja, auch wenn du dir mal die Stats anguckst. Ja, schon aber. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier oben eine Falle hinmachen und dann einfach in die Schlacht ziehen. Nehmen wir noch einen mit und dann... Genau. ...geht's los. Ähm, in der Mitte ist ein Verzauberungstisch. Ich weiß. Da würde ich eigentlich ja gerne hin. Dort sind ganz viele... What the fuck? Weil ich hab drei Level. Alter, die haben echt ein Portal gebaut. Ist ja geil. Mit einem Spawner drin. Anscheinend. Und die kommen ja da durch. Ähm, siehst du, dass sie da mitten... Oh, 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 oh. Pass auf, pass auf. Die haben Verbrennung drauf. Ich bin vom Rückstoß gestorben. Du bist tot? Ich bin tot. Die haben mich runtergehauen und ich bin tot. Okay, der Ficker, der stirbt jetzt. Ich hab den Fall gesehen und war weg. Ja, Leute, also wenn ihr jetzt diesen epischen Fight sehen wollt, den ihr leider bei mir nicht sehen könnt, weil ich nicht spectaten kann, dann guckt einmal bei Imi, der hier schön dies auch aufgenommen hat, oder nicht? Doch, doch schon. Ja, und, ähm... Ja, ich kann sagen... Ich bin auch tot. Nein, ich leb noch. Ich hab noch ein halb Pärzchen und jetzt bin ich vermutlich tot. Nein, doch nicht. Trank der Heilung. Ich beende hier die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, Mann. Ey, der kommt zum Pfeil, weißt du. Ja. Ich hab Trank der Feuerresistenz, das heißt, Feuer damit krieg ich keinen mehr. Hihihi, tschüss. Oh, der hat mit seinem scheiß Rückstoß. Auf was hat der Bitch in den Bogen verzauert, Alter? Ich weiß auch nicht. Ich hab kein Essen mehr, als hat das alles du. Fuck it. Das liegt alles weiter hinten. Das ist Prozessin, ich komm da nicht hin. Lave einmal und so weiter. Weil der Penner ist da. Ich bin auch tot. Alter, was hat der Bitch in den Ruckstoß drauf. Naja. Dann war das einfach mal wieder eine Epic-Fail-Folge, aber... Hey Leute, scheiß drauf. Das Leben ist geil. Ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.